Hallo, nun zeigen wir uns einparken, mit Pfeife und mit der Scheina. Pfeife. Pfeife einparken. Super. Pfeife. Einparken. Sehr gut. Entweder von vorne oder von hinten machen. Einparken. Gut. Einparken. Ja, wir können auch sehen, dass sie sitzen oder stehen ist. Aber okay. Einparken. Pfeife. Oder stehen mit Pfeife. Das kann er auch. Gut. Pfeife. Super. Pfeife. Sitzen. Ich hätte auch. Ich müsste mit dem Oberkabel etwas runter. Und dann müsste er auch einen Schritt machen, dass er noch drinnen ist. Im Einparken. Und dass er einen Schritt macht. Aber nur kurz. Pfeife. Pfeife. Einparken. Und schon durch. Er meint schon durch. Und das kann ich jetzt nicht bestätigen. Pfeife. Sitzen. Oh. Keine Achtung. Ja. Komm Pfeife. Pfeife. Vi. Ja. Sitzen. Goool. Pfeife. ein paar kreis ja gesundheit pfeife ein paar ja zwei pfeife ich packen super na bello pfeife ein paar kreis pfeife pfeife hier ja hier kreis 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 das wird der Untertuss. Späfi, ein paar. Gut, bleib. Wir sind auch ein bisschen warten. Und du kannst es nur an, oder? Sehr gut. Späfi, Gut, am Anfang geht es auch ein bisschen länger, weil sie noch nicht recht wissen, was sie machen müssen, aber das ist ganz okay, ganz normal. Dann wird die Zeit funktioniert. Jetzt darf ich einpacken. Steiner, komm. Gut, wirklich gut. Ja, super! 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 Und Belohn! Jetzt kann ich meine Schuppe ein bisschen weg. Super! Weiss ich! Einfach! Gut! 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 Das ist die Scheina! Scheina! Einmal 15! Ja! Super! Entwagen! Verdammt! Sie können etwas zurläufen. Sie kommt natürlich gerne durch. Schim said! Scheina! Ja! Ja. Einfach! Gut, 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 gut. Ein sehr Platz. Gut, der Fächer. Schau, hin und ein Quattro. So ist gut. Schau, hin und ein Quattro. Sitze, gut, der Fächer. Schöner, komm, komm Schöner, Schöner, einparken, gut, Schöner einparken, ihr könnt einparken und ihr könnt es auch nur parken und sagen, aber zwar muss es einfach nicht verfestigen, also man muss auch immer zusammen bleiben Schöner, einparken, super, einparken Schöner, Schöner einparken, gut Schöner, 4 Mal live Cargo 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 Super Sechs. Sechs. Einfach. Gut. Scheine. Einfach. Super. Schauen wir gleich, was wir machen. Noch mehr Gute. Oder nicht? Ja. Scheine. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Einfach. Super. Gut. Scheine ist jetzt, wie du siehst, von vorne gewesen. Und Pfeife ist dann gehindert. Wenn man zwei oder drei Hunde kann man es machen. Scheine. Einfachen. Gut. Pfeife warte. Scheine. Einfachen. Gut. Sit. Gut Pfeife. Sit. Ja. Ja. Pfeife. Einfachen. Komm. Ja. Komm. Ja. Pfeife. Einfachen. Gut. Schäine. Ja. Seh gut Pfeife. Gut. Schäine. Sehr gut Pfeife. Ja. Pfeife. Schäine. Ja. Schäine. Gut, Scheina, super! Dann könnt ihr auch schauen, dass sie nicht gegen die Muchen kommen, sondern unten bleiben. Scheina, setzen, super! Zweifel, hier, setze, warte. Zweifel, setze, gut! Super! Zweifel, setze, bleib. Zweifel. Gut! Dann müssen wir mit der Zeit nur noch breit. Die Einigkeit stehen und dann wissen, was sie machen müssen. Zweifel. Sehr gut! Reifel. Ja! Gut! Gut! Zweifel. 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 Ze� gut hoch hersch béfels. Zweifel. sehr gut ja 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 super 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 Super! gut sit gut shy na 25 sit Sit, bleib, gut. Sit, gut. Sit, gut. Super. Super. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Sitzen. Sehr gut. Sitzen. Bleib. Warte. Ich hoffe für euch war es hilfreich. Und habt viel Spass mit deinen Hunden. Tschüss.